Meine sehr verehrten Damen und Herren, leider muss das für heute geplante Frühjahrskonzert der Bürgermusik Zell am See unter dem Titel animalisch wilde Kreaturen wegen der aktuellen Corona-Krise entfallen. Wir hoffen aber, dass wir Sie bei einem unserer Sommerkonzerte oder bei den Seefesten wieder bei uns begrüßen dürfen. Aller spätestens auf ein Wiedersehen 2021 beim Frühjahrskonzert. Wir haben uns eine Kleinigkeit für Sie ausgedacht. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns treu. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020